Guck mal, der gönnt mir nix! Jetzt gönnt er mir! Jetzt gönnt er mir! Jetzt! Und... Ja! Geiser! Komm her! Ja! Freunde, herzlich willkommen zurück zu Nintendo Labo auf der Nintendo Switch! Logisch, oder? Mit der Kimi! Hallo! So, Freunde, heute gibt es Angeln, ja? Und da ich die Tiere nicht rauskriege, Freunde, und den Hai auch nicht, ja? Und ich weiß, dass die Kimi den Hai rauskriegt. Kriegst du den Hai da raus? Ja, sicher, kriegst du den Hai da raus! Natürlich kriegen wir den heute raus! Von heut ist der Hai dran, ne? Heute ist der Hai dran, heute holt sie, ne? Hab ich die Kimi geholt, Freunde, die angelt uns jetzt hier ein, ne? Ich halte das Ding an ihr fest, und du gehst da runter, Kimi, und dann holst du die Fische! Und zwar jetzt aber, und zwar richtig! Hol sie dir! Was ist dein Problem? Gönnen sie dir richtig hier ein bisschen höher, die Angel, genau, so, und jetzt mach fertig hier! Das ist schon gut, da ist schon... Da ist er! Da ist er! Da war er! Heute holen wir ihn! Heute holen wir ihn! Den wollen wir nicht! Den wollen wir doch gar nicht! Was willst du denn mit dem Kleinen? Jetzt kommt er! Jetzt kommt er! Jetzt ist er dran! Oh, da war er! Hast du ihn gesehen? Ja! Der war über uns! Da ist er schon wieder! Warte, jetzt kommt er, jetzt klappt er gleich! Pass auf, jetzt... Und jetzt kommt er! Jetzt mach dich bereit! Mach dich bereit! Angel an der Hände! Hände an der Angel, meine ich! Jetzt kommt er! Uh, das war schon ein bisschen knapp! Bist du bereit? Ja, ich nicht, aber ist egal! Jetzt kommt er jetzt! Ah, das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Oh, da hin, kommt er! Siehst du ihn? Da kommt er jetzt wieder! Jetzt kommt er! Pass auf jetzt! Jetzt guckt er doof! Ja, kannst du doof gucken! Heute bist du dran! Ich hab auch extra mein Baywatch-T-Shirt angezogen! Ihr gebt keine Hai-Angriffe heute! Ich bin ein lieber Hai! Und keine hirnlose Fressmaschine! Okay, jetzt kommt er! Bereit? Ja! Bereit? Ja! Jetzt kommt er! Jetzt pass auf! Jetzt! Jetzt! Los! Jetzt geht los! Langsam! Genau! Gib ihm stur! Gib ihm stur! Ah! Ich hatte den so... Schade! Ist nicht schlimm! Alles gut! Alles gut! Hör auf! Ich versuche was anderes! Ich hab nämlich gelesen! Ihr habt mir nämlich gesagt! Das... Man, das Mistvieh hier... Muss man dem... Einen durchziehen! Habt ihr mir gesagt! Da... Ja! Da stand in den Kommentaren! In einem... Den wollte ich auch schon mal haben! Der ist mir einfach weggegangen! Wer? Die... Die Krabbe da! Da ist ein Mistvieh, die Krabbe! Und die Musik? Ja, das ist... Das ist gerade ein bisschen interessant! Schnell! Jetzt! Ich bin fast da oben! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt! Jetzt! Drei, zwei, eins! Ah! Gib ihm langsam mal! Ich warte zurück zu gehen und dann ist Angst! Dann ist er einfach weggegangen! Dann ist er einfach weggegangen! Ja! Ja! Oh, Drecksfisch! Jetzt holst du dir eine Makrele oder was? Eine Makrele! Ja gut! Besser als nichts, ne? Der war rot, aber ich hab mich trotzdem sehr doll beeilt! Hast du dich trotzdem beeilt? Hast du gut gemacht! Na komm, Papa, versuch's wieder! Papa will den Stachelrochen da haben! Da, den da! Der wollte unbedingt zum Papa! Dann holen wir uns den jetzt! Oder? Was sagst du dazu? Der wollte unbedingt! Der war ja richtig scharf drauf, hier nach draußen zu kommen! Ich weiß gar nicht, was das ist! Was ist das überhaupt für ein Fisch? Ja! Eine Sebrasse! Okay! Das weiß ich doch! Warte, woher? Ich will doch nicht alle so Fisch-Profis wie du! Ich möchte gerne jetzt mal ein Hai haben! Ein Hai? Ja! Willst du ihn nochmal versuchen? Einmal nur noch! Ja, ja, dann geh runter! Dann hol den! Aber diesen Rochen! Ja, den Rochen? Ja! Du vergisst immer, was du als erstes machen musst! Ja! Oh, guck mal, wie dick der sich macht! Guck mal, guck mal, guck mal! Ah! Bei dem muss man echt viel Schnur geben! Ja, pass auf, pass auf! Kimi, zu viel! Der sollte auch weggehen! Du wolltest ihn gar nicht haben! Nein! Warum denn nicht? Weil der jetzt zu schnell war! Jetzt kommt er! Guck mal, wie er sich freut! Guck mal, jetzt! Blub, blub, blub! Ich bin ein hässlicher Mondschick! Da ist er! Wo denn der? Jetzt kommt er! Zäh! Langsam, langs! Du bist ja doch wilder als ich! Mach du lieber! Nee, du kriegst den doch! Du kannst das! Ja, du bist ja heute keine große Hilfe hier für mich! Heute im Kindergarten hingefallen, ne? Deine Hand tut ja so weh, deswegen! Ja, genau! Und die! Die auch, beide Hände! Aber, da brauche ich keinen Flosken! Gass ihn! Ne, doch habe ich ihn nicht! Oh! Ich habe gesagt, der ist angebissen! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wie er mich runterzieht! Guck dir das an! Guck mal, wie hässlich! Jetzt geht das hier wieder los! Jetzt geht das hier wieder los! Guck mal, der gönnt mir nix! Guck mal, der gönnt mir nix! Guck mal, der gönnt mir nix! Jetzt geht das hier! Guck mal, der gönnt mir nix! Guck mal, der gönnt mir nix! Nein, nein, nein! Oh! Das war knapp! Hast du das gesehen? Ja! Wenn ich immer rot sage, dann musst du rutschen! Oh! Rot, rot, rot! Schnur, schnur, schnur! Schnur! Okay! Jetzt, jetzt, jetzt! Rot, rot, rot! Ja, ich weiß, ich weiß! Ah, komm schon! Vielleicht hab ich dich! Oh Gott, die Angel fällt auseinander! Die Angel fällt auseinander! Zäh! Oh, das war knapp! Ich seh ihn nicht! Ich seh ihn nicht! Da! Da ist er! Jetzt! Ja! Da ist er! Komm her! Ja! Ja! Der fleckte Adler rochen! Bam! Ah, deine Hand! Alles gut? Ja! Meine Angel ist auseinandergefallen! Ja! Du hast ihn! Ja, wir beide, Armin! Haben wir beide! Du hast ja immer gut aufgepasst, wegen dem Rot! Hast du gut gemacht! Äh! Jetzt! Äh! Äh! Jetzt! Äh! Boah! Ich hab dich mich erschrocken! Hast dich so sehr erschrocken! Oh Mann! Ich seh nix! Okay, der gönnt mir wieder gar nichts! Der gönnt mir nix! Jetzt gönnt er mir! Oh, ich hab mir volles drauf! Ist nicht schlimm! Alles ist gut! Bist du wieder für mich da? Ja, ne? Du sagst wieder Bescheid, ne? Rot! Rot! Noch nicht! Jetzt ist rot! Rot! Sind das echte Fische, Schatz? Ja, im Spiel, ne? Echte Fische sind das nicht! Rot! 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 Warte! 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 Was machst du da? Was machst du da, Schatz? Nicht, 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 nicht die Angel! Nein, 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 nein! Rot! 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 Du musst die Angel wohl kurz halten, denke ich mal. Ja, 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 okay. Okay. Schatz, was machst du da? Hör auf, hör auf. Schatz, nicht an den Band ziehen. Das Spiel erkennt das doch. Wir müssen Geduld haben mit dem... Wir müssen Geduld haben mit dem Schwertfisch. Da brauchen wir ein bisschen länger jetzt. Siehst du, der will nicht, dass ich da rüberkomme. Siehst du das? Nein, meine Angel ist doch fast auseinandergefallen. Ich musste dich doch zusammensetzen. Oh, diese Pappe. Das ist alles aus Pappe. Die Angel fällt auseinander, weil sie aus Papier ist. Ich musste die wieder zusammenstecken. Du hast es doch gesehen. Was bist du denn für ein Hässlichen? Komm her, hier. Da kommst du direkt mal auf den Grill jetzt hier. Okay. Den werfen wir direkt in die Bratpfanne. Den Hässlichen hier. Da gibt's heute Fisch... Fischstäbchen. Alla... Heute gibt's hässliche Fischstäbchen. Fischstäbchen vom hässlichen Fisch. Eigentlich hässchen die anderen Fischstäbchen. Ich weiß ja gar nicht, was das ist hier. Guck ihn dir mal an. Wie kann man denn nur so hässlich? Jetzt komm mal her, du schwarzer Fisch. Du hässlichen, du. Warte mal, ich muss ihm... Ich muss ihm mehr Schwur geben. Nein. Okay. Ja, der will nicht, ne? Da ist auch so einer, ne? Der will nicht. Stopp jetzt. Hallo. Jetzt aber... Ist aber gut, jetzt. Jetzt ist aber gut, gut, gut. Die Jungen. Du schwarzer. Jetzt gibt's heute. Guck mal, der will immer hier, ne? Ja. Ich... Ich möchte gerne... Ich krieg den nicht höher als das. Okay. Das... Ist hässlich. Der Hai stinkt. Der Finn hat schon mal im Kindergarten gesangt. Sagt, der Rote, der stinkt. Der Rote, der stinkt, der Marshall stimmt überhaupt nicht. Wer stinkt? Der Marshall, der stinkt überhaupt. Welcher Marshall? Von Porpet's War. Wie kommt... Alter, wir versuchen den Hai zu fangen. Und wie kommst du auf Porpet's War? Oh! Oh! Oh, ich hab die Schafen sehen. Ah! Oh, die Augen. Alles gut. Halt du das Ding schön fest, okay? Halt du das Ding fest. Ich hätte so doll, wie ich kann. Gut. Boah, die Augen sind echt böse. Echt gruselig, ne? Ja. Ja. Ach, 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 ach. Ich hab doch gesagt, bei den Halbauer, dass 38 Minuten das mal fertig ist. Da sind die... Das ist rot. Das ist rot. Ich hab... Hol ihn dir. Hol ihn dir. Hol ihn dir, Tiger. Hol ihn dir, Tiger. Hol ihn dir, Tiger. Kein Tiger. Wer, du? Doch. Hol ihn dir, Tiger. Jetzt. Tiger, Tiger, Tiger. Stopp. Stopp, Tiger. Tiger. Jetzt. Nein, nein. Wie tief muss ich denn? Ja, das ist ein Fisch, ne? Guck mal. Da kannst du auch den Hai fangen. Weißt du was? Wir bringen ihn gleich runter zum Hai. Da kann der Hai den nämlich fressen. Bring ihn mal runter. Ich bin schon an, aber da geht's im Werderhai echt um. Ich wünsche dir das auch, dass der Hai ganz oben wäre. Ich wünsche mir, dass wir die Folge jetzt beenden. Freunde, das war's für heute. Vielen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da. Dass der hier oben ist und dann so schnell und dann patsch. Jetzt hol noch mal irgendeinen kleinen schnell raus. Irgendeinen kleinen. Hol den da mal eben doch bitte raus. Warte, warte, ich helfe dir. Machen wir zusammen. Fertig? Und? Da ist er. Juhu. Hol ihn mal ran, ja? Ja, Makrele. Alles klar. Freunde, das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Wir haben einen Rochen geholt hier auf jeden Fall. Ne? Den da? Boah, einen kleinen Fisch. Einen Rochen und nochmal einen kleinen Fisch. Aber der sieht ja ein bisschen anders aus. Können wir auch so eine Möwe fangen? Eine Möwe? Was ist denn das? Die da, was da fliegt? Dieser Vogel. Nein, können wir nicht. Woher weißt du das? Äh... Geht nicht, ne? Äh, äh. Na gut. Guck mal da! Was ist passiert? Vielleicht können wir die fangen. Weißt du was? Ich versuch was anderes. Jetzt pass auf. Halt mal fest hier. Jo! Halt auf, ich versuch was anderes. Jetzt pass mal auf jetzt. Ich versuch mal was. Komm mal hoch. So, stopp. Mögen die Möwen? Ja, die Möwen mögen Fisch. Ich frage mich, ob wir, wenn wir lang genug warten, ob eine Möwe kommt. Stopp, nicht so fest. Genau. Ob eine Möwe kommt und uns den Fisch klaut. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, Abo dalassen. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Bis dann, alles Gute. See you, Kimi. Und dich. Bis dann, alles Gute. Bis dann, alles Gute.